moin und herzlich willkommen zu einer folge wie edit man freunde bei steam manche wissen dass da noch nicht wie es geht wie man freundet das erkläre ich euch jetzt oder ihr geht hier auf einen namen oder wir gehen hier oben hin ist egal dann freund hinzufügen hey hallo eh mal ach kommt und dann machen wir sie ach ich werde hobs genommen bis die dann machen wir es halt eben so und hinzufügen gibt es dann den freundschluss code ein hier kommt ein name raus oder wir suchen das war das muss kurz für mich in hochschieben youtube das ist mein nächster account ich bin der einzige tritt als freund hinzufügen ja ich muss das noch machen mit fünf euro bin ich dafür zu faul auszugeben oder wie man euren namen ändert der fünf euro haben dass sie freund hinzufügen kann oder wir machen so wie man den account also nicht den account namen wie man den steam ja glaube ich auch also naja das war leute hoffentlich konnte ich euch weiterhelfen wie man freunde hättet ihr müsst erst fünf euro bei steam guter aufladen und dann müsst ihr was kaufen kann ich euch ja gerne mal vorlesen was da steht kann ein bisschen lange dauern freund hinzufügen ich bin hier der gamer ich bin hier der gamer so bb bb kiki gegenstand auf steam community markt kaufen oder verkaufen ein erstellen eine gruppe in der steam community blablabla bist du hier warum kann ich keine freundin zufügen da bin ich jetzt auch mal spannend ja fünf dollar kauf von spielen im wert fünf dollar oder mehr im steamshop als man muss sich gut haben bei steam aufladen ich weiß dass es müsst oder müll ja ist also ich bin zufall das zu machen ja also so kann man freundin zu fügen wenn er das wenn man die einladung bekommt kann man die auch natürlich auch annehmen ist das oder auch ablehnt ist ja seine entscheidung aber annimmt also ich bin so ein typ der ich nehme das an frage ich immer wer bist du was willst du hier dann fragen die rein ich bin ein hacker account blablabla dann habe ich so gleich wieder blockiert ach weil ich diese leute hasse oder wir gehen in mein ich gehe mal meine gruppe auch ein gruppe betreten chat betreten und da kann man mit anderen schreiben wie hi m geht nicht also tschüss leute lasst like und ein abo da tschüss 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 so Untertitelung des ZDF, 2020